ARD Text im Auftrag von Funk Egal, komm, die hole ich mir jetzt mal so. Einmal für die Level. Oh, da ist er noch! Yay! Sie ist aber auch schon eingefunden. Oder war Eisen? Kann man schauen, was hier alles so drunter ist. Meistens hat man ja so, dass man so einen Hohlraum beim Lava entdeckt. Und dann schnell mal Rohstoffe findet. Weil sie da viel besser sichtbar sind. Hier aber anscheinend nicht der Fall. Gut, dann geht's gepflegt weiter. HAH! NEIN! Was ein Fail war das denn jetzt bitte? So, bei Lava bin ich jetzt natürlich besonders vorsichtig. Ich stelle nicht unbedingt einen Diamanten in die Lava rein. Grabe. Juuu! So. So, das ist ein bisschen auffällig für die Diamanten, aber... Hallo, ich meine es geht um Diamanten. So, wo war der Gang? Der Gang war hier. Okay, machen wir weiter. Yay, super, haben wir doch noch Diamanten gefunden. Also schon Diamanten gefunden, meine ich. Das ist ja jetzt keine Voraussicht, so schnell Diamanten zu finden. Gefällt mir also sehr. Uhlala. WUH! Boah! Habe ich mich jetzt erschreckt, ey. Hab ich mich jetzt verjagt? Ich bin einfach mal Insta hochgesprungen. Ah, Lava! Ah, Lava! Oh mein Gott! Angst! Alter, ich hätte zu die Lava gefallen und ich hätte alles verloren. Boah! Lass mich in Ruhe. Bisschen Spawner oder warum gehen die so ab? Na gut! Na gut! Wir sind da noch mehr, ich witte das. Ich glaub da ja gleich das nächste Skelett um. Ich glaub da ja gleich das nächste Skelett um. Okay. Ähm, ähm, ähm. Ähm. Ähm, ähm. Ja, das Eis noch mitnehmen. Ja, das Eis noch mitnehmen. Ähm, 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 ähm. Hilfe! Hallo? Du? Boah! Alter, hatte ich jetzt Angst, ey, dass irgendwas hinter mir steht. Huilala! Huilala! Huiuiuiuiuiuiuiui. nochmal so ein schreck bitte so kurz also ein bisschen mitnehmen von gehen ansonsten war jetzt hier nichts wirklich spannendes keine besonderen rohstoffe da hinten sehe ich noch was so ganz kurz das restliche holz ok genau wegen sowas ich sehe gar nichts ich sehe absolut gar nichts das ist aber auch nicht unbedingt schwer da war noch ein creeper an der wand drinnen die höhe sind wir denn hier höhe 15 das ist genau schauen dass wir keine diamanten umliegen ist aber alles nur kohle und so ein zeug ok 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 wo kam das jetzt ok ok alles wird cool ok alles wird cool ok ich habe keine angst ok das kann weg das kann weg mal schauen wo ich rauskomme nix für mich jetzt bin ich noch das war irgendwie so klar dass sowas passiert ich weiß aber auch wahrscheinlich auch noch eine pause weil ich muss doch mal wirklich gucken wie viel ich überhaupt gemacht habe nicht dass ich mich wirklich über überfolge haha verstehst du wie wir folgen und sollte jetzt irgendwie witzig sein ok 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 also achso Hallo Günther Den hatte ich zuerst gar nicht richtig für voll genommen Höhe 12 Höhe 12 Und da geht's auch schon weiter da ist schon der Fackel von mir das heißt das ist hier nur ein erneuter seitenarm wo ich vorhin schon mal war Wow da ist Lava Die Stelle ist ja ganz schön gemein So So ohne wo ob sie seien hier oder? Jep war irgendwie klar So ich sehe da Diamanten und Gold Ich grabe mich erstmal zu dem Gold hin Was gleich mit der nächsten Höhe verbunden ist Die sind zum Glück nicht so groß und da ist es auch nicht So viel mehr Nur ein wenig Lapis Den Faden tue ich weg Ja ok Warum nicht? Habe ich den Faden nicht weggetan? Genau sowas wollte ich nicht haben Scheiß Creeper Super Uh dann budde ich mich jetzt hier mal rein Bevor der nächste Creeper kommt Ich bin ein bisschen vorsichtig gerade Deswegen auch etwas leiser So Super Ok wie ich aber schon angekündigt mache ich hier erst meine Aufnahmepause Ich verschanze mich jetzt einfach mal hier dran und mach da Fackeln So Und wir sehen uns beim nächsten Mal meine Freunde Tschüss Acht Erz und eins und Oh geil ist einiges zusammengekommen auf jeden Fall Sehr schön Tschüss